Prozent oder mehr ganz herzlich willkommen zu einem naja klein special und zwar ehrlich gesagt ein wenig langweilig und wir haben irgendwie total Bock was aufzunehmen deshalb machen wir hier mal ein kleines Bestell mit dabei ist der Jonas hallo hallo jawohl wir spielen die pvp mehr ich das glaube die pvp morgen mehr wirklich geiler Name würde ich will oder würde mir wahrscheinlich nicht besser einfallen und Prozent genaueres wird es gab Jonas erzählen weil ich kenne mich da nicht so gut aus also auf der März sind drei Wolle verteilt und die muss man einsammeln also ich zeigte ich zeig mal ganz kurz die mehr als er das sieht ja und die muss man da oben hinbringen in die zwei Häuser hier und da und das ist so etwa die Map da unten ja genau genau und Prozent und um hier sind ein paar Schilder die lesen wir jetzt aber nicht vor das sind alle die Regeln die haben wir uns schon Prozent durchgelesen vorher und dann würde ich einfach mal sagen hier sind die Eingänge dass wir uns mal hier in stellen dann ist hier ein Schalter warum hast du dich jetzt Survival-Mode gesetzt weil ich Adventure-Mode brauche ah ok hä bin ich das auch probier mal ich hab jetzt auch Survival gesetzt ok also ich mach noch ganz schnell Time Set Day weil wir müssen beim Tag starten so und ich mach einfach mal auf Ready Ready geht nicht nö bei mir tut sich auch nix nö durchbauen ja ok komm so oh hier sind schon mit Kisten nein oh lol wie viel sagt Alter was ist da alles drin ja Grundausrüftung halt was brauche ich ihn keine Ahnung hä ich kapiere es nicht ganz scheiß drauf ah da drüben sehe ich Jonas ja Leute oben ist die Kiste Prozent Prozent wie lange dauert es etwa weiß man da irgendwas nicht so lang kommt drauf an wie nur wichtig müssen oder ja wie nur wichtig ja ok ja gut also wenn ich die Kinder und dann das ist ganz wichtig stecken wir müssen nachher die Dinger da hoch bringen Alter ja die Futter und wir sind uns auch nicht zum anderen rüberbauen ich erklärt ok ok Leute die Kiste Tinti auch nicht schlecht ok komm schwimm hey seit wann kann man eigentlich Kisten öffnen die über Kloster und stehen an oder oder unter Kloster ja keine Ahnung stimmt lol egal so so gibt's irgendwas interessantes weißt du schon etwa wo die Kisten versteckt sind oder ja aber das ist jetzt nicht genau aber das ist jetzt scheiße ja ich weiß auch nicht genau also oh lol da ist ein oh la oh lol du kannst ja auf meiner Seite die bisschen gucken wo die sind ja eben habe ich ja auch da ist ein Haus da ist ein Haus bei mir ach doch bei mir ist auch ein Haus da ist ein Öfen oh Leute da kann ich runter da ist eine Kiste HUSS was was ist da drin alter und was ist das Ziel nochmal drei Wolle einzusammeln und die dann auf dem Berg zu äh ich habe aber nur nie drei Wolle gesehen hier wo ich wusste und die die sind in Kichten achso also drei verschiedene Farbige das so weh das kitzelt das kitzelt das kitzelt ganz viel Kohle was wollte den Kack ich hatte es eine bestimmte die ok ok jetzt pass mal auf jetzt kommt Matrix 17 hier oh je ich probier mal was hm was machs hm 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 Warte, gleich hörst. Wieso hören? Hast du nicht gehört? Null. Das hat boom, boom, boom gemacht. TNT. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, hier sind... Achso, sind die Kisten nicht versteckt, sondern die gibt's schon, oder? Wie? Nicht versteckt? Ja, sind die Kisten versteckt oder sind die nicht versteckt? Weißt du, was ich mein? Nee. Weil ich kann nicht, ich hab ja TNT und das kann ich ja, kann ich, ob ich da was wegbomben muss, weißt? Sozusagen, um die Trun zu finden, wo das drin ist. Nee, müssen musst du das machen. Okay, also die sind in den offenen Kisten drin? Ja, klar. Wo bist du? Bisch in der Oberfläche? Nö. Ich brauche Stein. Und ganz viel Stein. Ich muss da irgendwie der Wucht machen. Was mich gestört hat, lol. Ja, Lava, der war Lava. Aber warum beim Versuchen mir zu entkommen? Keine Ahnung. Okay. Jonas, hast du Angst vor mir? Ja. Oh, Mann. Wo war da Lava? Keine Ahnung. Sag ich nicht. Warum? Ey, kannst du Regen ausmachen? Warum? Leck das. Nö, aber egal, mach einfach. Sieht doch schön aus, wenn das so schön schneit. Ich schneit nicht, es regnet. Ey, das schneit aber bei mir. Ja, du bist ja auch kacke. Oh, nee, jetzt fangen die Monster an. Jetzt sind hier Monster. Oh. Oh, fuck. Nein. Was? Wo? Kacke. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hätte die Ofen da oben mitnehmen sollen. Wo? Nein, nein. Ich hätte gesagt, wo? Gewegt, Gewegt, Gewegt. Ja, mich hat gerade auch eins getroffen, aber ich weiß nicht von wo. Oh, ja. Schnell weg. Ich habe kein Holz. Tage. Ich brauche jetzt Stein. Bei dir schon etwas explodiert. Das war nicht bei mir. Doch. Nee. Doch. Nee. Bei mir aber auch nicht. Ich glaube. Nee, bei mir war es auf keinen Fall. Das habe ich da rausgekriegt. Lohnen Routen. Okay. Oh, ich habe kein Essen mehr. Ich habe vielleicht am Anfang mehr Essen mitnehmen sollen nicht, dumm Kopf. Ja, ich auch nicht. Okay. Also, es ist, glaube, eigentlich eine Eins gegen Eins, oder? Man kann zwar im Team machen. Okay, also man muss nicht unbedingt. Ja. Wir haben jetzt leider bloß, ähm, keine Mitspieler gerade gefunden, die jetzt in die Uhrzeit schon wach sind, besser gesagt. Boah, ich habe jetzt Sichtweite auch winzig. Echt? Ja, ich bin bei Lava in der Letztzeit. Oh. Ja, wo bist du? Sag ich mir. Boah, nee, ich kann kleine Muchen. Boah, ich bin bei Lava, du bist da unten, nee. Oh, du bist ganz da unten bei dem Eis. Ja. Warum bist du ganz da unten, wie kommst du da hin, bitte? Ja, runtergegangen. Das sind die, ja. Boah, ich habe keine Werbung. Ich habe kein Holzmitglied. Ja, mein Gott. Okay, das ist jetzt richtig nubig. Das war jetzt richtig nubig. Einfach mal Holz vergessen. Okay, okay, okay. Was ist denn vorgeschrieben, wie lang etwa? Keine Ahnung. Eine Stunde? Nö, so lang wahrscheinlich nicht. Es kommt halt echt drauf an, wie die Spieler sind. Ja, klar. So, was war hier nochmal drin? Okay, okay, okay. Nein, verkackt. Nein, 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 nein. Haha. Mann, ich verliere mich jetzt Lava, ey. Ach so, bei dem bei dem Eis-Jump in Runder, oder? Ja. So. Das, was ich meine, nicht braucht, tue ich da jetzt mal rein. Na, das brauche ich vielleicht noch, das wollen nicht, doch, das brauche ich auch, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Oh, nur wegen den Scheiß-Legs, ey. Ja, tut mir leid, Jonas. Mann. Warst du schon bei den Dias? Ja. Echt? Ja. Ich sehe aber bei dir noch überall die Dias rum. Aber egal. Doch, ich war. Also, es gibt ja auch mehrere Dias. Ach so. Oh, der Kvipa war doch bei mir. Ja, sag ich doch. Hab ich aber gar nicht gesehen. Oh, 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 was ist denn hier? Aber keine Wolle. Kacke. Kacke. Ich sag ja bloß vielleicht. Ich sterb hier die ganze Zeit. Wo ist zum Fick? Alter. Also, ich sehe ja bei dir, dass es bei dem Raum da drüben nur nicht war. So, da und da. Da, da, da. Aua. Oh, 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 oh. Alter, hat mich das Alter. Oh, 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 oh. Da warst du ein Silberfisch. Ach so. Nein, Skelett, geh weg. Scheiße, hier habe ich keinen Platz mehr. Was lasse ich denn jetzt da? Das da. Was lasse ich noch da? Fuck. Und hemmt sich mal auf. Okay, los geht's zu. Hö, jetzt bin ich eingesperrt. Skelett, geh weg. Komm, schüttelt es jetzt runter. Macht das. Tschüss. Da. Zombie, geh weg. Skelett, geh weg. Creeper, geh weg. Oh, komm, verpisst euch. Arschloch. Arschloch. So. Jetzt ist es auch noch Nacht. Echt? Ja. So. Dann so. Dann so. Dann so. Dann vielleicht noch so. Dein Ernst, jetzt. Ja. Alter. Immer die scheiß Tiere und dann eh schon scheiß Leben. Wo bist du? Weil aber mehr sagt nicht mehr. Warum will ich es unbedingt schaffen? Weil, da ich was wertvolles. Ah, okay, du weißt, als zu schön, dass da was wertvolles ist. Ja. Ich bin so blöd. Ja. Gott, bin ich blöd. Nein, ich bin auch blöd. Oh, kein Gott. Ich glaube, das ist ein bisschen, wenn man nicht machen. Oh. Ach, du, ach, wenn du sagst, dass das wertvoll ist, wenn ich da bestimmt Dings. Dings? Ja. Ähm. Denn ich habe bestimmt eine Wolle. Ich weiß nicht mehr was, aber ich weiß nicht was wertvolles. Ja, dann ist Wolle. Ich will das jetzt einfach schaffen. So. Aber man kann sich mit Taschfolge mit Müll. Sagst du das Holz nicht dabei? Alter, ohne Witz. Oh, oh. Oh, oh. Wie so nett, das so. Weil ich nicht aufnehmen soll. Oh, Mann, schon wieder. Manu. Äh, bei mir steht aber nur nichts dran. Weil. Ah, jetzt. Na, viel aus der Welt. Ja, ich bin rausgesprungen. Na. So. So, dann nochmal. Und nochmal. Okay, es reicht genau. So, da kommen jetzt alle... ...seilige Sachen rein. Das zum Beispiel, das ist, äh, dann gehe ich nochmal. Also zum anderen rüberbauen ist verboten. Ja. Okay. Werde ich natürlich auch nicht machen. Ja, ja. Ich bin so blöd. Kennt ich ja. Hm? Du wirst dich rüberbauen, das weiß ich nicht. Nein, warum soll ich mich rüberbauen? Keine Ahnung. Ich bin nicht scheiße und macht das. Gibt's zu diesem Lava-Labyrinth einen Eingang oder hast du dich da hingebaut? Da gibt's einen Eingang. Ja. Ich hab jetzt mein Schwert vergessen. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Sag ich nicht. Ja. Wenn's du nicht sagst, sag ich's auch nicht. Manu. Ich blündere hier grad bloß alle Kisten. Ach so. Deshalb. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. So. Ich sollte hier mal vielleicht kein Licht aufstellen. Gemälde. Ja, für was denn bitte die Gemälde? Ja, manchmal ist echt scheiße da. Nee, aber für was? Keine Ahnung. Ich sag ja, scheiße halt. So, das brauch ich alles nicht. Das war nicht, das war nicht, das war nicht, da, da, halt. Erstmal Kisten sortieren. Ja. Wo ist es, das war nicht so, ich bin. Wir sind so tierstuckig. Weil ich geil bin. Okay. Jetzt sind sauvertisch. So war ich mit mir ein Schwert gemacht, warum eigentlich? Weil du gesagt hast, BVP. geil muss nicht sein dass pvp zu viel bisschen Lolldor Schnelleiter diese Schichtbarkeit das ist gelettet dieser Kack Parcours ja wo ich da mit dem Eingang Jonas und halte ich guck bei dir einfach drüben der Kuchen Deutsche bitte Prozent wo okay mit der Anfrau sie 8 und ich will mal gucken wo du bist ob ich dich sehe ich sehe dich nicht auch nicht schlecht auch egal ich dir auch egal nicht das war doch cool das sind die Port die Port vor alter mich erschreckt aber eigentlich kann ich gar nicht mehr sterben Prozent Rund Jürgen sind die Schauen um den Haus Farker zu bestellen alter Farker mit dem Arsch um wieder keine Steine irgendwo sind und zwei Kripp okay du warst dahinten alter haben wir haben wir wir haben zu mir gehört er war bei dir drüben mach mal Schnee aus oder Regen warum denn weil dann leckt weniger ach so warte oder den Befehl habe ich irgendwo noch er hat hier ok 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 leckumio wo wo leck 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 wo fack wo fack wo alt habe ich mich erschrocken alter ich hab mein Brot jetzt in die Kiste gelegt alter, ey, Gott, bin ich Jonas, ich bin so verpeilt ohne Witz oh ich hab zwei Brot gefunden jetzt geht's wieder nach oben jetzt geht's wieder nach unten Häh? was du? äh sich die was sagen ehrlich gesagt will ich sie gar nicht sein oh, fuck me, so wie alter nein, Greco oh, ich hab gehört ganz viel Brot wo geht's da runter bitte? Alter Alter äh wo kam dann Zombie her bitte? äh schaden 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 es ist gut, dass man bei bei, aber es ist auch irgendwie kacki, dass man bei dem anderen immer abgucken kann ja, aber sonst muss man ja nie finden ja, gut so, diesmal schaffe ich es aber so äh, lol, ich hab hier ganz viele gelbe Wolle äh, lol, ich hab hier ganz viele gelbe Wolle muss ich das nur eine mitnehmen oder alle? eine falls du nur mitstürfst, dass du dann noch ein paar andere hast ach so, dann nehm ich mal ein paar mit so ach, das sind die Räume wo die Wolle ist, okay, okay, okay hast du jetzt gerade mal eine Wolle oder so? ja okay, gut du kannst ja bei mir gucken wo die Wolle ist jaja, klar schon alter, der Weg der war ja nicht ohne so und dann muss ich einfach drei Wolle dahin platzieren und dann ist das Spiel automatisch aus, oder was? ja okay, okay, okay okay, nicht sterben nicht sterben mein, nein, 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 halt, 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 scheiß ein Punkt, geh weg, geh weg nein, oh, alter, oh, alter, ich hab's gesehen wie zum fixerlichen Zieros kommt ok 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 was bringt mir eigentlich der lohnstab ja keine Ahnung ich bin jetzt gleich tot jawohl weiter so ich bin noch gar nicht gestorben oh was hab ich hier Direktheilung komm, geh weg, geh weg, geh weg ich hab halt was ist die Bebber no building past the reds wird der Betrug klein das heißt es ist wie Gott scheiße Gewerke nicht so nicht bitte da unten hinkommen ohnehin keine Skilette in einem die Welt ah guck mal ich sehe dich ist es jetzt Prozent der Klick der Probe OO OO ich hier ganz viel ich bin alle muss ich jetzt echt ohne Witz sind dann machen das muss man er die Schilder steht bei mir braucht anderen zeiten die steht falsch herum wie meinst du es jetzt die die Schilder stehen bei mir falsch herum als ob man von der anderen Seite kommen müsste die Städter in der Städte eigentlich bin von oben gekommen ich bin das Wasser runtergegangen oh mein Gott ja einfach alles explodieren wo durchgesagt am Ende des das ist das ist der Test zum Bernds das sind doch Schilder keine Ahnung hätten er hat es schon bereits falsch rum gemacht ich hab hier sind weil ich hier stehen bei mir andersmals ob man von der anderen Richtung kommen müsste wie mein Städte Prozent abwarten wenn man hier gibt es nichts weil frei mich immer zu dem hinteren Raum kommt soll der Raum ganz hinten ich habe keine Ahnung nein 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 du kämpfst gegen Skelete oder wie bist du da reingekommen die Städte da reingekommen ich bin bitte da reingekommen ich bin bitte da reingekommen ist egal der einfach reingeladen und die Stiftung da überall durch hätten nicht gut nicht nur durch er wird nicht mein Bild bestätigt zu diesen Meter steil da gekommen ja einfach ein das wie da kein Eingang gefunden kommt man so leicht rein und ich habe keine Eingang die Stilett die Städte und die ganzen ja schon bieten die einfach reichen das heißt einfach rein ja zu dem Eingang ja wo ich stehe an der Oberfläche Moria und ach so das Loch oder was meinst du ja schon ach so das habe ich nicht gesehen da war ich bin ich so schnell nein 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 nennen also da hast du da hast du den Dings her die der Eisenbrust Brustpanzer das war stärke 1 der Flamme 1 und der Pia zu verkauft warum ich stelle jetzt immer wieder außerdem okay da kommt man echt leicht rein ja ich bin den Weg ja weil ich da oben nicht war auf dem auf dem Berg bis ich meine Sachen wieder hat bin ich wieder halbtot ja ja Untertitelung des ZDF, 2020